Entering Doom Gardens Die Musik hat irgendwie harte Metroid-Vibes, finde ich. Ob das jetzt klug war, meine beiden Raketen gegen den einzusetzen? Probably, weil hier müssen wir hin und wir kriegen die Raketen auch zurück. Okay. Okay. Ich los soll einfach Ultra-Akko. So, komm. Sehr schön. Hoffentlich war das auch klug. Aber wird schon gepasst haben. Wird schon gepasst haben. Naja, hier sollen wir natürlich entsprechend, wenn möglich, effizient mit unseren Ressourcen umgehen, hätte ich gesagt. Zumindest seht er noch aus. Okay. Interessant. Das macht nichts. Okay. Ich dachte gerade, dass er das einzige was geleuchtet hat, aber Nevermind... Oh je. Das ist doch schön. Vielleicht hätte ich die früher finden sollen. Um gegen die ganzen Gegner zu kämpfen. Und dann hätte ich meinen Rocket-Launcher nicht leer geschossen. Aber vielleicht war das... Ja. Das war definitiv ein Fehler. Hehehe. Wir machen das schon. Au. Hängengeblieben gemein. Also... Einfach... Die nur, die da einfach brachial sein. Ich hatte halt keine Rockets mehr. Was soll ich machen? Mal gucken, da wären sogar welche gelegen. Okay, ich soll... Aha. So. Jetzt haben wir eine Kettensäge in Besser, und zwar unsere Faust. Ah, okay. Wunderbar. Ja, ich prügel mich jetzt hier durch, ne? Was wollen sie tun? Alter, hat einfach zwei Schläge überlebt. So. Dankeschön. Ah, nochmal ein Pfeil. Oh. Witzig. Sehr witzig. Auf jeden Fall. Oha, was passiert hier? Ja. Ja, schön. Ja, schön. Ich prügel mich hier jetzt brachial durch. Ist mir scheißegal. Also außer, es kommen wirklich Gegner, wo es zu schwer ist, sich mit der Prügelfaust anzulegen. Aber solange es irgendwie nur so Imps sind. Ein paar Revenants. Und ehrlich, ja, so ein Mankobus könnte natürlich ein bisschen schwierig werden. Aber ich habe auch da eine Idee. Ah, ei, ei, ei. Lol, es hat einfach geklappt. Als ob. Hallo. Upsi. Ich komme noch zu euch. Keine Sorge. Keine Sorge. Oh je. Fein. Okay. Schwierig mit der Unsichtbarkeit. Mit der Unsichtbarkeit wird das Ganze ein bisschen schwierig. Ja, frech. Ich wäre dafür, wir nehmen die Unsichtbarkeit diesmal nicht auf. Damit wir nicht zu gehandicapt sind gegen die. Dann ist das nämlich kein Problem. So. Hallo. So, kommt die hierher? Ah, da ist Shit. Frech ist, dass wir jetzt auch von links ballert werden. Aber ich glaube, der kann da gar nicht durchschießen. Dann never mind, dann ist das nicht so schlimm. Ach, die können ja gar nicht durch. Das macht das Ganze ja nochmal einfacher für mich eigentlich. Außer du rennst weg. Das ist assi. Nicht mich drücken. Oh shit. Das hat erwischt. Also. Wunderbar. Guten Tag. Sehr schön. Es ist schon ein bisschen witzig an der Stelle, muss man das auch mal sagen. Es ist schon ein bisschen witzig. Dann kommt doch hierher. Ja. 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 Tja, du bringst Rockets zu einer Schlägerei. Au. Wie, die fliegt durch und durch. Ich hätte jetzt gedacht, die prallt dann nie mehr ab. Das war gemein. Na gut, wir haben noch ein Secret. Ich würde sagen, das suche ich noch eben. Okay, das Secret. Lol. Naja. Ist halt, wie es ist. Oh lord, jetzt habe ich Items nur 50% wegen der Unsichtbarkeit. Aber, naja. Ja, witziges Level. Ich habe es mir unnötig schwer gemacht, indem ich den Rocket Launch irgendwann nicht mehr benutzt habe, sondern mich nur noch durchgeprügelt habe und habe jetzt unnötig viel HP verloren. Aber, ich würde einfach mal sagen, es war es trotzdem wert, weil es war witzig. So. Ganz einfach. Ganz einfach. Und hin und wieder, na, muss man einfach mal sich denken, hey. Warum sich nicht durch so ein Level boxen? Ist doch, ist doch ganz amüsant gewesen. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Tschau.